ein herzliches hallo an alle gaming fans draußen wir sind wieder hier zurück in the walking dead bei episode 5 die zeit wird knapp und ich entschuldige mich jetzt schon mal im voraus für alles was ich in dieser sitzung tun werde weil wie es der titel schon sagt die zeit wird knapp und man hat uns clementine weggenommen und ich bin gespannt wie es weitergeht ihr bestimmt auch also rede ich nicht viel drum rum wir starten das spiel previously on the walking dead what if my parents come home and i'm not there i've got my walkie-talkie in case they try that way hey there were some batteries in one of those boxes here you can have some too but we'll be in savannah and my parents were in savannah they always stay in the same place when they go there the marshals yes that's it you didn't come into town from the railroad did you we gotta go yeah why clementine clementine clementine's gone wherever she is i have to find her i don't even know if i can ask for your help we'll look for clementine together hell yeah i don't know why you're looking over here lee i swear before this is all over i'm gonna show you i can do something right so you'd rather trust clementines life with this incompetent fuck than with me i'll stay behind and work on the boat clementine wer ist der mann am walkie talkie das ist wohl immer noch die große frage aber ich könnte schwören dass es vielleicht mit vorher vorangegangenen geschichten zu tun hat vernon get out here there doesn't have to be any trouble here all i want is the girl give her back and nobody needs to get hurt are you all right where are you vernon you son of a bitch holy where have you taken her this isn't vernon and you should really watch your tone clementine's fine but if i were you i'd choose my next words very carefully what do you want from me whatever it is whatever it is i'll do it you can let her go i want you to never hurt anybody again this isn't a kidnapping lee then what is it a rescue this is bad but we can deal with it together we're going to need to hurry how's that feeling not great my hand is hot and it's thumping a little bit well you're still alive that's something yeah totally we don't have a lot of time we're about to have a lot less we three will stop them getting in leave find a way out of here this would not help you, right? nothing through here this is okay I think it's some sort of spreading device just looking at it looks like a colorjack I don't want to imagine this being used on a body this is yeah immerhin the unspoken entsprechend better than nix just surgical supplies knochen segne and so I can do I can I can Äh, hier kann ich niemanden, nix mehr rum. Hier geht auch nix rum. Ja, dann muss wohl hier was sein. Äh, ich weiß nicht, wie ich das helfen kann. Das klemmt, okay. Oh, wenn das für menschliche Körperteile gedacht ist, dann heftig, wie viel Kraft das Ding aufbringen kann. Oh, 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 oh. Es wird uns schwindlich, nicht gut. Nicht gut. Christ, what the hell happened? Es ist ein Bite. Aber was können wir tun? Ich weiß nicht. Hilf mir zu gehen. Jesus. Hast du sicher, das wird helfen? Hast du einen besseren Ideen? Okay. Es ist jetzt oder nicht. Stop! Er ist awake! Er ist awake! Er ist bitten. Wir müssen noch etwas machen. Wir müssen ihn wegnehmen, doch? Wir versuchen ihn zu retten. Er schütze ihn. Zum Schluss holen wir ihm ein bisschen Zeit. Aber diesen Weg? Wir wissen, dass es funktioniert? Natürlich nicht. Es wird viel Blut sein? Es wird viel Blut sein. Was, wenn er stirbt? Dann gehen wir den Rest nach Clementine und gehen die Hölle aus Savannah. Wenn es eine Chance gibt, dass es sein Leben schafft, müssen wir es nehmen. Hey, ich stehe hier. Entschuldigung. Es ist nicht wirklich unser Telefon mehr. Nein. Ja, kein Schuss. Wenn wir den Arm ausziehen, dann sterben wir nicht von Blutloss. Na ja, vielleicht wird es nicht von der Beine sterben. Was denkst du? Äh, ich will nicht zum Zombie werden. Besser probieren als nicht, oder? Das würde ich tun, natürlich. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Lieber so, als sie durch den Piss sterben, oder? Oh Gott. Ich kann nicht hingucken. fast. Fast würde gut sein. Schau. Oh Gott. Ich versuche, sich still zu bleiben. Stopp! Ich kann nicht. Halt auf! Verdammt. Oh mein Gott, du bist hier. Es war zu dem Punkt, dass wir nicht wiederkommen sind. Meine Arme auf Feuer. Ich kann immer noch fühlen meine Finger. Holy hell. All das tut mehr als du glaubst. Glaubst du, dass du reisen kannst? Du hast ein bisschen Blut verloren. Ja. Der Elevator ist öfter. Los geht's! Ich bringe die Rehe. Ich will nicht schlafen, wenn sie wollen. Oh mein Gott, wir sollen doch alles auf uns zucken. Oha! Oh, wasser das? Oh, wasser das? Warum habe ich einen Cursor? Wie, du kannst da auch sicherer klettern, den du immer irgendwie ein Bein drumrum hast oder so. Ich weiß es nicht. Müsste man mir hier nicht helfen? Oh Gott. Da kommen Zombies von oben runter. Oha! Oha! Ist das die mein Blut riechen können? Die können es offenbar nicht riechen. Puh! Ich habe verlaufen, nicht etwa. Was? Es gibt ein Tausende. Sie haben uns hier folgt? Es scheint, aber das kann nicht sein, kann es? Das ist verrückt. Sie können nicht nachvollziehen. Sie nur rohieren. Was für die Train? Was für die Train? Es war nicht ruhig. Du denkst, dass sie alle mit uns gebracht hat? Clementine ist irgendwo da, woanders. Sie sind in allem. Wir kommen zu ihr, Lee. Wir machen was wir müssen. Wir kommen zu uns und schauen, ob wir ein Weg finden können. Gut? Gut. Ich... Ich glaube, wir können nicht nur was passiert mit Lee passiert. Er hat viel Blut verloren. Omid ist richtig. Wenn du dich fühlst, oder... wenn es nicht funktioniert... mach es einfach. Okay. Wir können doch die Glocke nutzen. Ins Feuer. Hm. Wir könnten doch die Glocke nutzen. Ich mag es aber nicht, wenn Entscheidungen so schnell an einen vorbeiziehen. Lee, ich glaube, du wirst es nicht überleben nach solchen Aktionen, wie das gerade eben. Es ist einfach nur... Verdammt, Alter. Du hast den Namen verloren. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Was passiert hier? Bell Tower. Das ist, was passiert. Hm. Ja. Das könnte helfen. Hey. Wie ist das Arm? Das ist gut. Es wäre gut. Es wäre gut. Es wäre gut, wenn du nicht mit mir verlassen hast, wenn du in Crawford bist. Das kleine Mädchen schlugte mein Leben. Sie ist etwas, was? Ja. Ich werde es nicht mehr. Ich werde es nach dem Bell Tower gehen. Ich werde es nach dem Bell Tower gehen. Es ist gut. Ich werde dich nicht mehr zu gehen. Ich werde dich nicht mehr zu gehen, als du musst. Danke. Ich werde dich nicht mehr zu gehen, als du musst. Hey. Also. Einfach da rüber rennen. Na. Angucken. Das ist eine Bell Tower. Wie die, die Molly benutzt, um die Walkers um die Stadt zu drehen. Gehen wir nicht. Du musst ja irgendwas rüberwerfen können, oder? Da tauchen wir auch noch was? Kluft. Ja, ja. Das ist ein verdammt großer Spalt. Kannst da abhaken, rüber zu springen. Ja, aber trotzdem steht ja der Glockenturm. Vom Bild her könnte man trotzdem drauf schließen, das gemeint ist, dass er rüber springen soll. Ha. Ich gehe nicht. Wäre auch eine gute Idee, da nicht mehr hinzugehen. Einer verletzten, hat einen Spuren genommen. Er oder sie fuhr von dem, was von ihrem Exzidenz geschah. Und das bedeutet nicht wirklich viel. Der Spuren muss aus Doktoren gehen. Der Spuren muss aus Doktoren gehen. Siehst du was? Hier ist ein Feuerescape. Und das ist es. Du kamst mit mir. Du glaubst nicht, dass ich würde? Wie du gesagt hast, Clementine ist mein größtes... Well, nur real fan. Ich wäre ein großer Schein, wenn ich nicht. Ich würde mich nicht verletzen. 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 Danke. Ich würde mich nicht verletzen. Ich würde mich nicht verletzen. Ich würde mich nicht verletzen. Und dann fahren wir einfach durch die Straßen? Ich weiß nicht. ja ich hätte vielleicht mal umgucken können ob da noch was ist ich glaube ich habe die option das auszuwählen um anzugucken ja wenn du nur genau der selbe text kommt wie der den ich gehabt habe wenn ich schon dahin gelaufen bin ja ich habe die population georgia was im wander in die strecke ja das heißt wir müssen den glockenturm ich habe aber so eine blöde befürchtung ich habe eine ganz blöde befürchtung oh warte mal ein metall leiter würde da aber nicht brechen oder ganz doch ruhig ja das hätte ich gerne gesehen wird das mit einer hand gut dass es nicht runtergefallen ist die bells ja guck sie dir vorne mal an die die Vielleicht sollten wir jemanden mehr able-bodied haben, das zu tun. Du bist sicher, dass du es für dich bist, Lee? Sag das wieder und du wirst herausfinden. Sehr gut. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße, Mann! Bist du okay? Ja, ich bin gut. Ich wünschte, dass ich meine andere Hand hatte. Keine Scheiße! Versuch, einen anderen Weg raus raus! Ich sollte erst mal schauen. Ja. Es ist lockt. Scheiße. Der Weg in hier ist lockt! Nochmal probieren. Scheiße! Es geht nicht. Es geht nicht. Hier ändert sich die Kamera nicht. Da kann ich auch nicht runter gucken. Nee, gibt's wirklich nix. Ist ja doch froh, dass es zu ist. Ja, keine andere war, ja. Muss lauten. Gibt ja nix, was ich tun kann. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Das eine Zürmzwiss, nur noch Knochen als Schädel hatte. Wie sollen das die Glöcke haben? Nein. Nein. Ich bin so verabschiedet. Du kannst es machen! Verabschiedet, Mann. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Es ist, äh, nicht so weit. Ich werde wahrscheinlich ins Fenster reinknallen. Nimm Anlauf, jung. Ich kann nicht zurücklaufen. Mist. Ich muss so wenig Auslahmöglichkeiten, eventuell was richtig zu machen oder besser zu machen als... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Er ist von ganz unten ganz hoch und dann von ganz oben wieder ganz runter. Na toll. Was wohl Kenny zu dem Bein sagen wird. Äh, Arm. Arm. Das Boot ist weg. Kenny schon am Abrunden oder was? Das Boot ist weg. Du, mutterfuckers! Was? 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 Werner! Er hat Glem! So wo ist sie? Mit jemandem. Wir gehen nach ihr. Warte, die Krankenhäuser haben? Ja, sie warteten. Ich bin zu Hause, ich glaube. Sie haben mich ausgelöst. Sie haben mich ausgelöst. Warte! Was ist mit dir passiert? Geräusche? Nein! Sieht nur danach ausgelöst. Wir gehen durch. Das ist ein Start. Und, äh... Ich dachte, es könnte mir ein bisschen Zeit kaufen. Du weißt, du kriegst den Biss aus meinem Körper? Ich hoffe, dass alles passieren wird länger dauern. Jesus. Omid, kannst du über die Fence und leden uns in den Backyard? Wir sollten nicht in der Öffentlichkeit sein. Ja. Das ist nicht passiert. Alles ist so f***. Clementine ist noch da. Also, wir bekommen Clementine, und dann was? Wir bekommen die f*** aus der Stadt. Ich bin mit der Stadt. Wir gehen in die Lande und machen es. Ja, das ist eine gute Idee für mich. Niemand fragt dich. Du hast es nur gemacht. Du bist so f***ig mit mir, Ben. Chill. Du weißt, dass wir ein Boot hatten? Ein Boot! Geh über ihn! Wir können das in der Stadt machen. Ben, ich bin Gott. Was machen wir ohne ein Boot? Wir gehen, wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen in der Lande. Wir haben dich mit den Städten und Flasen und Böden zu lange. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen wie du kannst, okay? Wir gehen. Wir gehen mit dir. Ich denke, in der Lande ist das beste Ort. Aber du bist noch nicht, also? Wir gehen da. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen, nur du dich. Wir gehen. Leigh ist bitten und Gott weiß, wie lange er erneut hat. Clementine ist, wer der знает. Wir gehen. Wir gehen mit nur dem Hoffnung. Wir haben! Leigh sollte sich in Crawford verabschieden. Wir haben genug Probleme. Wir gehen. Mach du dich, Kenny! Warte, Leute. Nein, wir gehen. I am so, so, so sorry about Katja and Duck. I am! And I know I fucked up. But stop pushing me around and stop wishing I was dead! No! You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family. My parents, my little sister. Do you get that? Your family is gone, but at least you had them to lose. I never made it home. They could be alive or dead or walkers or worse and I don't know. So give me a fucking break! Oh, Ben. I'm... Oh, shit! Here they come! In the house!